Mein YouTube-Kanal ist jetzt 12 Jahre alt und das feiern wir mit dem limitierten 12-Jahre-Feuerwerk-Fullprint-Hoodie. So wie limitierten Designs von Team Melona, Saftig und Totem aus All-Over-Print-Design. Außerdem gibt's ein 100-Charakter-Riesendesign und die 4-D-Feuerwerk-Rotogramm-Karten. Limitiert nur jetzt auf shop.kvc.com. Oh Leute, ich hab heute richtig Lust auf ein Schnitzel. Warte. S-Squid-Game? Ich bin auf Viereck. Isi? Squid-Game? Was zum... Hey Isi, du hast hier zugemacht mit dir, hä? Ja, der kommt halt rein. Nur mein Eingangsbereich. Oh nein. Oh, warte, ich guck dich an. Oh, ja nee, warte mal, nee. Wir machen nicht mehr SCP-173, das könnt ihr rechts mir ausstecken, das letzte Folge. Isi, du bist die Puppe, oder? Ich glaube schon. Ey, guck mal, du schaust, ey, du schaust, ey, du schaust eigentlich richtig süß aus hier, das Puppe. Mit dir. Achso, warte mal. Das heißt, immer wenn du hinschaust, darf man, äh, dann darf man gehen, nee, dann darf man nicht gehen. Und wenn du wegschaust, dann müssen die gehen, rot ist nicht grünes Licht. Richtig. Und ich bin... Also, niemand darf gehen, außer tief in die Nacht. Und ich bin die Wache. Oh mein Gott. Ah! Herr Werther. Hey! Das werden wir nicht mehr angefangen. Herr Werther. Ja? Lassen Sie uns besser frei, ja? Sonst holen wir den Frontman. Und der frontet sie dann. Nein, stopp! Wie bitte? Was hast du gesagt? Herr Werther. Was? Willkommen zu Squid Game. Was willst du von mir? Alle Spieler haben die Chance, 45,6 Milliarden Euro zu gewinnen. Ja, gib her. Los. Aber du musst Spiele gewinnen. Äh, wir spielen... Wir spielen drei Spiele, okay? Okay, ich hab gewonnen. Danke. Nein. Okay. Spielst du mit? Okay, nicht bewegen. Spielst du mit oder willst du aufhören? Kann ich auch aufhören? Nein. Okay. Was? 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 Wir spielen drei Spiele zu gewinnen. Und wer will nicht so viele Moneten haben. Sie können das Gefängnis erneuern. Ich will das Geld. Ich kann ein... Ey, stopp! Sie müssen... Ich will das Geld. Sie müssen drei Spiele spielen. Erstmal... Ruhe. Ey. Wie ist das? Ich bin jetzt die neue Wache hier. Okay. Nein. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, ich bin jetzt vorbei. Herr Werther, gehen Sie nach ganz rüber. Da ganz rüber. Sie starten an der Wand. Dort bei diesen anderen... Das ist Ihre Mitspieler. Ich will das Geld jetzt haben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, easy. Du gehst ganz nach hinten. Hier hin. An das Ende. Und du drehst dich immer um. Okay? Und immer... Okay. Wenn easy schaut... Dann müssen sie stehen bleiben. Okay? Sind Sie bereit? Hey, Werther! Wow! Ich gebe mir das Geld. Das Geld kriege ich das erste Reihen der Spiele. Aber nur damit sie überleben. Und wenn sie es nicht schaffen, werden sie sterben. Du wirst sterben. Okay, Herr Werther. Let's go. Hier ist Ihr neues Outfit. Beste Helle. Ja? Was hast du mir angegossen? Was ist... Hä? Das klemmt! Ich glaube, sie sind Nummer... Welche Nummer wollt ihr haben? Suchen Sie sich eine Nummer aus zwischen 1 und 456. 456. Äh, okay. Alles klar. Oder 001 passt doch besser zu Ihnen. Sie sind eh so ein alter Mann, oder? Das ist 001. Du bist die Doppel-Noll. 000. Okay, alles klar. Alles klar. Okay? Ich will mal sagen... Und wenn Sie es bisher schaffen, haben wir das Spiel gewonnen. Sind Sie ready, das Squid Game zu spielen? Ja, los. Start jetzt. Auf geht's. Grünes Licht. Grünes Licht. Es steht. Okay, okay. Warte, ich komme hier zu dir. Das ist hier. Leute, das ist so ein richtiges Dings hier. Okay. Alles klar. Ähm. Grünes Licht. Grünes Licht. Okay. Grünes Licht. Grünes Licht. Oh, das war knapp. Ich lasse nochmal durchgehen. Ähm. Okay. Okay. Warte, easy, easy. Hast du noch den Stab? Den Stab? Den Stab. Gib mir den Stab. Gib mir den Stab. Oh, ich glaube, den Stab. Warte. Grünes Licht. Grünes Licht. Wir machen mal, wenn's so ein halber ist, dann schubst ich ihn zurück, statt zu kehren. Okay. Okay, grünes Licht. Grünes Licht. Er versucht zu erraten, wann wir's machen. Er wird da. Oh, ich krieg Drehworten. Er wird da. Sind Sie angespannt? Ich hasse euch. Okay. Er weiß, wenn er irgendwas macht. Guck mal. Okay. Grünes Licht. Weiter, grünes Licht, Herr Werther. Oh, das... Licht. Okay. Hat er sich da gerade bewegt? Herr Werther. Okay, grünes Licht. Herr Werther, ich will mir nicht so fies sein. Grünes Licht. Ich hasse euch. Okay, weil ich meine, ich will jetzt nicht so sein. Ja, Herr Werther. Sie können... Wow, was zum... Rot. Ey. Ey. Ich hab's geschafft. Ey, was soll das? Ich hasse auch nicht. Herr Werther, Sie müssen über die Linie, nicht auf die Linie. Okay, Herr Werther. Rot ist... Das ist rotes Licht. Ey, sie... Das ist unbär. Das ist rotes Licht. Ich hasse euch. Okay, grünes Licht. Okay. Herr Werther. Sie haben's gerade nochmal so geschafft. Sie kriegen schon mal ihren ersten Gewinn. Ein zwölf Jahre Fullprint-Tourdie. Ich will das Geld. Von Shop.com. Ich will das Geld. Ich will das Geld. Tausendtumfe und ein Stück. Herr Werther. Ich will das Geld haben. Okay. Dann kommen Sie jetzt mit. Wir machen jetzt Game 2, okay? Ich will das Geld. In Game 2 müssen wir raus. Machen Sie mal auf hier. Das Geld ist draußen. Ich hasse euch. Okay. Was machen Sie überhaupt mit dem ganzen Geld? Ja. Kaufen wir nochmal Geld. Ah, okay. Also Investment Banking, meinen Sie? Okay. Nein, ich kaufe mir nochmal mehr Geld. Ist hier? Leitet das zweite Spiel an, ja? Okay. Ich meine, wir können nicht alle Spiele spielen, deswegen machen wir jetzt... Weil das Spiel wird eingeleitet. Okay. Eigentlich das vierte Spiel, aber wir haben jetzt... Wir sind uns egal. Okay. Herr Werther, hier. Das sind Ihre... Das sind Ihre 10 Wollblöcke. Herr Werther, wir machen jetzt... Erraten, gerade oder ungerade, okay? Das heißt, ich darf jetzt echt jemanden erschießen? Herr Werther, genau. Und ich sehe, du passt auf, okay? Yay. Ah, so. Herr Werther, einer von uns beginnt und man legt entweder eine gerade oder ungerade Anzahl rein. Und der andere muss erraten, ob es gerade oder ungerade ist. Wenn es richtig ist, gehören die Blöcke dem anderen. Und wenn es falsch ist, muss man die Blöcke dem anderen geben mit derselben Anzahl. Wer keine Blöcke mehr hat, verliert, okay? Ja, ich jetzt einfach alles auf einmal. Okay, Herr Werther, schreibe Papieren. Ja. Schreibe, schreibe, äh, äh, 3, 2, 1 und... Oh. Und? 3, 2, 1 und... Herr Werther, nimmst du was anderes. Herr Werther... Und? Yes! Nice, er nimmt immer dasselbe. Okay, Herr Werther, let's go. Ähm, ich würde mal sagen, ich beginne. Okay, Herr Werther, erraten Sie gerade oder ungerade. Ungerade. Oh, das heißt, Sie müssen mir zwei Ihrer Blöcke geben. Es schaut mal nicht gut aus. Herr Werther, haben Sie schon mal in sowas mitgemacht? Das ist eine Abwechslung bestimmt für Sie, Herr Werther. Okay. Äh, jetzt sind Sie dran. Legen Sie rein. Gerade oder ungerade. Ja. Ist egal, wie viel. Es muss nur gerade oder ungerade sein, okay? Herr Werther, wird das doch mal was? Ich meine, wie lange da unten ist. Mach Sie da eine ganze... Überlassung. Okay, gerade. Nein! Was zum? Nein! Okay. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Dann bin jetzt wieder ich dran. Ratten Sie. Ungerade. Nein! Herr Werther, warum sind Sie so gut? Okay, jetzt, 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 jetzt. Na, einer wird am Ende sterben. Gerade! Nein! Wie? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, was? Easy hat drei miteinander gewonnen. Wie geht das? Ist das Glücksspiel? Okay. Jetzt, warte mal, warte mal. Wer muss reinigen? Ich oder Sie? Äh, das letzte Mal war ich dort dran. Äh, okay, okay, okay. Let's go, raten Sie. Ungerade. Nö, falsch. Null, null ist mir gerade zahlen. Der ist betrugt! Der ist betrugt! Okay, stopp! Okay. Komm, ein Spiel gibt's noch. Ein Spiel gibt's noch. Ja, ja, ja. Okay. Ich sehe, welches Spiel sollen wir im Spiel lassen? Was einfaches oder was schweres? Was schweres. Okay. Was schweres, was schweres. Okay, Herr Werther, kommen Sie mal hier rauf. Wir spielen jetzt hier Tauziehen, okay? Aber wir spielen ein bisschen anders, als es normal üblich ist, okay? Nein! Nein, Herr Werther! Das ist Schummen! Schum! Hey! Ich dachte das. Nein. Okay, Herr Werther, stellen Sie sich auf einen der beiden Dinges hier. Es hat alleine runtergefallen. Ja, ich hab ein bisschen Beinsport gemacht. Das ist wirklich etwas schneller. Okay, okay, okay. Easy, du bist Stützerin. Okay, ich stehe hier. Oh mein Gott. Herr Werther, du stehst hinten, okay? Wo hinten? Auf dem Zaun, auf dem Zaun. Easy, nicht! Achso, ey, auf dem Spike drauf. Okay, Herr Werther, Sie gehen hier vorne hin. Sehen Sie das hinten? Hier, so. Neben dem Stachel. Okay. Und jetzt spielen wir Tauziehen mit Waffen. Okay. Oh mein Gott. Okay, drei, zwei, eins, los. Ich glaub, der Werther ist zuerst gespielt. Und ich bin oben in der Perle. Ich hab gewonnen. Nee, sie guck mal. Okay, perfekt. Yes! Okay, Werther, wir spielen. Okay, wenn Sie wenig ein Finale wollen, dann spielen wir rotes Licht, grünes Licht extrem. Das haben wir hier schon mal gemacht. Auf geht's. Hier ist es sogar schon vorgebaut. Okay, Werther stellen Sie sich hin. Nein. Zurück. Herr Werther. Ich darf. Hallo? Es geht durch los. Es geht durch los. Achso, muss ich da hinten hin? Ja, wir stehen jetzt hier oben, okay? Aber das ist eine extreme Variante. Warte, gibt es hier keine Leiter? Warte, hast du Ende-Paläse hier? Okay, warte, wenn ich dann, äh, Perl, du dich hoch. Oh, aktiviert! Okay, und? Bäm. Grünes Licht, die Wärther. Rotes Licht! Grün. Rot! Leute, du bist jetzt... Ich habe mich evolutioniert. Du bist gewachsen, oh mein Gott, wie riesig. Meine Waffe ist auch gewachsen. Actually, gruselig, okay. Grünes Licht. Rotes Licht? Rotes Licht. Rotes Licht? Oh, das ist... Okay, versuchen wir es nochmal weiter. Get off the line! Und er wird gebannt. Er ist komplett raus. Oh mein Gott, ist ihn nice. Wir möchten ein Squid Game. Oh mein Gott, ist das doppelte Rot? Er hat ihn gebetet. Oh, warte, wir haben noch nicht gewonnen. Auf geht's, schnell. Ich fand das eigentlich schnell in der besten Folgen bis jetzt hier. Mit dem Minispiel und allem drum und dran. Oh mein Gott. Das war echt cool. Es war echt witzig. Vor allem easy als Puppe, nicht als der Typ hier. Die Wärther war jetzt tatsächlich mal irgendwie... Jetzt waren wir irgendwie die Wärther oder keiner haben. Egal. Leute, wie wir mal das schnell sagen. Lasst mal... Warte, was wir die Boote? Hier. Lasst mal einen Like da für mehr Minecraft-Gefängnis. Mehr Ausbrüche. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Oh mein Gott, wie groß das ist. Abonniert mich. Shop.causwitz.com für die saftige Sachen. Ich komm gar nicht mehr richtig mit. Aktiviert. Okay, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Easy um Tops. Feier rein und ciao. Leute. Mein YouTube-Kanal ist jetzt zwölf Jahre alt. Und das feiern wir mit dem limitierten zwölf Jahre Feuerwerk-Fullprint-Hoodie. So wie limitierten Designs von Team Melona. Saftig und Totemass-All-Over-Print-Design. Außerdem gibt's ein 100-Charakter-Riesensign und die 4D-Feuerwerk-Odogramm-Karten. Limitiert nur jetzt auf shop.causwitz.com.